Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und es gibt Neuigkeiten. Ihr seht es hier, die Patch Notes 3.0. Und es war ja schon fast zu ahnen und zu vermuten, denn die PGA Championship stehen vor der Türe. Und Oak Hill sollte ja definitiv noch kommen als zusätzliche Map. Und deswegen gibt es jetzt hier die Patch Notes. Und die Änderungen werden wohl morgen am 16. Mai in Kraft treten. Ich habe für euch die Seite übersetzt ins Deutsche. Also bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, wenn es dann doch ein paar komische Übersetzungsfehler oder Übersetzungen gibt. Aber für uns das Wichtigste. Also es wird praktisch eine Season 2 geben. Und das Thema, die PGA Championship wird es sein. Und natürlich wird jetzt der Golfplatz Oak Hill Country Club jetzt veröffentlicht und hinzugefügt. Und das Interessante ist eben, dass jetzt im Karrieremodus zwischen dem Oak Hill und zwischen dem Southern Hills Golfplatz praktisch immer gewechselt wird, wenn man die US Open spielt. Also damit auch da ein bisschen Abwechslung kommt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es wird auch das Thema, also was Grafiken und entsprechende Menüs und Bildschirme angeht, wird jetzt an die PGA Championship entsprechend angepasst. Interessant ist jetzt eigentlich der nächste Punkt. Hier geht es um das Putten. Das, was bereits angekündigt wurde, wird jetzt wohl kommen. Es gibt eine neue Kamera für das Putten, die deutlich tiefer ist. Und ich scroll mal ein bisschen runter. Hier unten könnt ihr es sehen dann im Video. Da sieht man also, dass man dann komplett über das Grün fliegen kann, damit man dann eben in den Modis ohne Putt-Linie oder ohne Putt-Grid dann auch wirklich sich das Grün von allen Seiten angucken kann und dann praktisch eben auch hoffentlich besser die Brakes zu sehen bekommt. Und das war ja, wie gesagt, bereits angekündigt, jetzt umgesetzt für diese Season. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze dann wirklich in der Realität dann aussieht. Das nächste ist auch ganz interessant und spannend, denn die Cap-Physik wurde auch angepasst und aktualisiert, dass wir jetzt auch eher mal Bälle haben, die auslippen. Und was wichtig ist auch, es wurde eine Zoom eingeführt für die Verfolgungskamera, sodass man kurz hier am Loch zoomt es heran und dann können wir also wesentlich besser sehen, wie der Ball rollt oder wie knapp er eben am Loch vorbei oder gerade reingefallen ist. Also hier hat sich dann auch ein bisschen was an der Physik getan. Interessant finde ich jetzt auch der nächste Punkt. Und zwar wird der Social-Modus als Online-Game oder Online-Modus wird gestrichen und der Tournament wird umbenannt in Online-Modus. Naja, okay. Und hier könnt ihr dann auch sehen, dass was das Thema Spielweise angeht, wurde eben auch ein bisschen was verändert. Interessant, das Problem wurde behoben, dass eben auch nach einem, ja, ich sag mal schlechten Schlag, zum Beispiel in den Bunker herein, dann eben die Animation war eher dann eine positive als vielleicht eine negative. Naja gut, also, das ist vielleicht nicht ganz so interessant. So, aber jetzt seht ihr die einzelnen Positionen, Spielweise, Kameras, Einstellungen. Und das ist für mich wichtig jetzt hier bei der PS5. Änderungen an den Audio-Einstellungen bleiben jetzt auch nach dem Neustart der Konsole bestehen. Leute, Leute, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, dass man da den zweiten Patch dafür braucht, um das festzustellen, dass wir hier jedes Mal, wenn wir die Konsole gestartet haben und speziell an der PS5, vermutlich muss bei EA müssen die PS5 knapp sein, auf jeden Fall, dass man das erst jetzt merkt, dass hier diverse Einstellungen und ich glaube auch an verschiedenen anderen Stellen wird es auch darauf hingewiesen, dass einfach Einstellungen nicht übernommen wurden oder dass, wenn man Veränderungen vorgenommen hat, dass die dann als nicht eben übernommen wurden. Okay, spannend finde ich auch hier bei Karriere. Die KI-Paarung wurde korrigiert, sodass der Spielpartner in den Runden 2 bis 4 nicht immer Scotty Schäffler ist. Okay, also gut, auch das wurde hier entsprechend angepasst. Ich scrolle euch das Ganze jetzt noch ein bisschen runter. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen. Ihr könnt euch das Ganze natürlich anschauen. Steht natürlich auch auf der EA Sports PGA Webseite unter News und dann könnt ihr euch das alles hier entsprechend durchlesen. Bei den Turnieren ist natürlich klar, für Season 2 wurden tägliche und wöchentliche Turniere für den Spielstil Simulation hinzugefügt und es wurde natürlich alles ein bisschen jetzt angepasst für das Thema hier. So, da unten seht ihr dann noch bei Audio, auch da wurden wohl einige Sachen hinzugefügt. Lautstärkeanpassung der Sprachausgabe während der Intro-Segmente oder eben zusätzliche Kommentare, wenn man Eagle-Patt hat oder wenn, was hier steht, Betreten eines Playoffs-Hauptmenü abgespielt wurde. Da wurden Probleme behoben. Ja, jede Menge so Kleinigkeiten, vielleicht auch viele Dinge, die uns gar nicht so bewusst oder gar nicht so aufgefallen sind. Hier wurde jedenfalls dran gearbeitet. Okay, und dann haben wir da unten jede Menge noch behobene Fehler bei der Benutzeroberfläche, verschiedene Geschichten. Auch hier werde ich jetzt einfach das Ganze ein bisschen langsam runterscrollen. Ihr könnt euch das dann hier entweder im Video ansehen oder geht einfach auf die Webseite. Wie gesagt, von EA Sports auf die PGA Tour-Seite und dann könnt ihr das euch unter den News ansehen. Okay, wie gesagt, das Beste und das Wichtigste, natürlich jetzt wenige Tage vor der PGA Championship haben wir jetzt natürlich auch den Platz zum Spielen. Das Ganze soll eben ab morgen, den 16. dann veröffentlicht werden. Lassen wir uns überraschen, wie toll und wie gut es aussieht. Schaut euch vielleicht auch, wie gesagt, die in der Community, aber vielleicht mache ich auch hier in das Video noch die Videobeschreibung oder die Links rein zu Oak Hill. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Videos auf YouTube. Schaut euch die gerne an. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, diese News euch ein bisschen helfen und es interessant für euch war, würde ich mich doch über ein Like freuen. Oder natürlich noch schöner wäre ein Abo hier auf dem Kanal. Also damit ihr dann zukünftig auch immer wieder die News, die Neuigkeiten hier zu EA Sports PGA Tour hier bekommt. Ich sage recht schönen Dank. Freue mich auf morgen, freue mich auf Oak Hill und ich denke, wir werden dann auch relativ schnell mal eine kleine Einspielrunde, so wie es ja bei uns auch eigentlich üblich ist, eine kleine Einspielrunde auf diesem Kursspiel. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit Golf und EA Sports PGA Tour und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel bis die Tage. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.